Das alte Brauhaus im Herzen von Koblenz. Willkommen im Stammhaus der Königsbacher Brauerei. Der stilvolle Charakter und das urgemütliche Ambiente unserer Gaststuben laden zum Verweilen ein. Ob auf ein kleines, frisch gezapftes Bier oder auf ein entspanntes Beisammensein mit Freunden oder Familie. Natürlich können Sie auch Ihre Feier bei uns durchführen oder unsere Partys, Events und Veranstaltungen bei kostenlosem Eintritt besuchen. Zu unserem Brauhaus-typischen Angebot mit durchgehend warmer Küche gehören leckere, gutbürgerliche und deftige Leibspeisen, aber auch das ein oder andere leichte mediterrane Gericht. Dazu ein spritziges Königsbacher Bier und die Welt ist in Ordnung. Altes Brauhaus in Koblenz, Mühlheim-Kerlich und in Neuwied. Gut essen und trinken in gemütlicher Atmosphäre.